Häufig sind verlorene Gegenstände wie zum Beispiel Euro-Stücke, Knöpfe oder Ähnliches der Grund dafür, dass die Ablaufpumpe nicht mehr richtig arbeiten kann. Und diesen Fehler kannst du ganz einfach selbst beheben. Bevor du hier irgendwo an die Maschine drangehst, ist es natürlich wichtig vorher den Stromstecker zu ziehen, damit das Gerät nicht von alleine losläuft. Bei den meisten Waschmaschinen findet man hier unten rechts eine Öffnung, wo hinter der Flusenfilter bzw. die Fremdkörperfalle ist. Das ist bei Bauknecht leider nicht der Fall. Das heißt, du baust einen kleinen Schraumdreher und kannst dann hier diese Blende einmal abmachen. Hier sollte man schon direkt die Fremdkörperfalle auf Fremdkörper untersuchen und die gegebenenfalls entfernen. Dann lohnt sich aber auch ein Blick in das Pumpengehäuse hinein, denn dort hinten ist das Flügelrad und auch da kann ab und an nochmal ein Fremdkörper da sein. Um sicher zu sein, dass die Pumpe richtig arbeitet, am besten mit einem Schraumdreher einmal das Flügelrad bewegen.